Also ich finde es ja von der Landschaft her eher großkotzig, weil wenn ich eine Insel vulkanischen Ursprungs bin, dann tue ich mir natürlich leicht mit Schwefelquellen und Vulkankratern und geysieren und so. Aber mal ohne, dass ich eine Insel vulkanischen Ursprungs bin, ohne Krater, ohne Geysiere und dann aber trotzdem mal ausschauen wie Island. Das ist eine Kunst. Aber das haben sie halt alle nicht mehr drauf. Es war bei uns früher anders. Wenn wir die Chance gehabt hätten, dass wir eine Insel vulkanischen Ursprungs gewesen wären, haben wir ja nicht gehabt. Wenn wir nichts gehabt. Na ja, tschüss.